Hallo, was machen Sie? Ja, es wird Zeit für ein neues Storytime. Ich dachte mir, ich erzähle euch mal, was mir so passiert ist, als ich als Essenslieferin in Frankfurt unterwegs war. Oder ja, ich werde euch mal berichten, was da so passiert ist. Vielleicht findet der eine oder andere ist interessant. Vielleicht einfach so einer, ja, ich habe keine Ahnung, was ich tun will. Ich höre mir einfach mal an, was andere Leute so getan haben. Oder andere sagen, ja geil, was für ein Scheiß-Shop. Zum Glück habe ich einen viel geileren. Ja, und für mich, ich will einfach mal meinen Frust loswerden. Ich werde auch nicht nennen, welche Firma das war. Am Ende kriege ich dafür einen auf den Deckel. Ihr braucht nur wissen, das war so um 2018 rum. Also Mitte 2018 habe ich angefangen. Ende 2018 musste ich aufhören. Dazu kommen wir ganz zum Schluss. Warum? Und was dann noch passiert ist, weil da ist auch einiges passiert, was echt uncool war. Ja, was macht man denn eigentlich so als Essenslieferant? Wie gesagt, ich habe in Frankfurt am Main gearbeitet. Das ist eine Weile her. Ich war dort als Autofahrer unterwegs. Mittlerweile haben die dort komplett auf Ebaks umgeskillt, was ich begrüße, weil in Frankfurt mit dem Auto die Gegend zu fahren, mit Lieferant-Zeitdruck und sonst was hat nicht funktioniert. Auch das System hinter der ganzen Geschichte hat nicht so funktioniert. Da wäre man auch noch zu kommen, weil ich hatte das einige Male, dass ich an Orte geschickt wurde, die ich mit dem Auto einfach nicht erreichen kann. Ja, aber was war jetzt eigentlich meine Aufgabe? Was musste ich tun? Das alles lief über eine App. Also die hat eine eigene App, die dir Aufträge verteilt. Diese App wurde dann halt einfach über eine Zentrale gesteuert, die dann halt direkt in Frankfurt war. Die hat dann einfach hin und her geschickt, wer wann wo sein soll. Vom Prinzip her war, du hast angefangen, hast dich irgendwo platziert, wo in der näheren Umgebung hoffentlich Restaurants sind. Es gibt so ein paar Stellen, ja, wo halt einige Rissungen sind. Falls du zu weit weg stehst, sagen dir die Leute das auch. Also du kriegst dann auch einen Anruf hier, Digga. Sie sehen auf deinem GPS, dass du halt, also es ist alles GPS geträgt durch die App, die läuft übers Handy und die wissen, wo du bist. Nicht, dass du verloren gehst oder so, damit sie auch wissen, wo du bist, dass du dann passende Aufträge für dich kriegst. Dass du halt einfach nicht quer durch Frankfurt fahren solltest. So, ja. Wie dem auch sei, du kriegst dann halt ein, falls du am Start zu weit weg von irgendwelchen möglichen Restaurants bist, kriegst du einen Anruf, ja, Digi, fahr mal woanders hin, da ist gerade schlecht, wo du stehst. Im Prinzip hast du dann halt einfach gestartet, hast gesagt, ich bin jetzt hier und hast gewartet, bis du einen Auftrag kriegst und hast dann halt abgeklappert, bist du von A nach B nach C gefahren und am, ja, Prinzip ist einfach. Blöderweise hat das System hinter dieser App halt so gar nicht funktioniert. Wir hatten so viele Probleme. Es gab ein komplettes Chaos in dem ganzen System. Ich weiß nicht, woran es liegt. Das hat mir niemand erklären können, nur, dass es halt so ist. Du hast teilweise viel zu viele Aufträge gekriegt. Gerade in Frankfurt ist es halt mit dem Auto echt schwierig, zeitnah irgendwo hinzukommen. Es ist generell wahrscheinlich ein Problem in der Großstadt generell. Du musst erst mal zum Restaurant fahren. Das dauert Zeit. Sagen wir mal, wenn du Glück hast, so 10 bis 20 Minuten, dann bist du beim Restaurant, musst du einen Parkplatz finden und da die Firma ein bisschen geizig ist und es nicht einsieht, musst du dann halt nur mal parken. Also du kriegst keine Sondergenehmigung, wie es jetzt zum Beispiel die Post hat, die dann halt auch dort parken darf, wo man eigentlich nicht parken darf. Es gibt halt extra so Genehmigungen, die man halt sich engagieren kann oder sich holen kann als Unternehmen, dass deine Mitarbeiter halt keine Strafzettel oder so kriegen, wenn sie halt ihre Arbeit machen. Das hat die Firma nicht gemacht, weil das kostet Geld und hat man keinen Bock drauf, weil man, wie soll man sonst die Mindestlöhner bezahlen? Also es ging halt auch wirklich um Mindestlohn. Also ich habe jetzt nicht die Welt verdient. Ich glaube, minimal mehr wie den Mindestlohn, aber jetzt halt auch nicht so die Welt mehr. Ja, du musst es im Parkplatz finden, hoffen, dass du kein Ticket kriegst, weil du dann halt sagst, ja, ich parke dann doch halt da, wo man nicht parken darf oder ich überziehe das. Gehst zum Restaurant, die hoffentlich dein Essen schon fertig haben. Meistens nicht, weil sie dann halt meistens dadurch, dass halt sie selber nicht genau wissen, wann die Leute ankommen, das immer erst dann fertig machen, wenn halt der Fahrer dann da ist, dass das halt im Restaurant wenigstens nicht kalt ist. Das packst du dann in deine Boxen. Du hast zwei Boxen bekommen, so Tyroporboxen, wie man sie kennt von der Firma, packst das da rein, gehst zu deinem Auto zurück, fährst dann los. In der Zeit ist die Zeit eigentlich schon längst abgelaufen, bei dem du eigentlich schon längst beim Kunde sein musst, weil das zeitlich komplett geplant eine Katastrophe ist. Du hattest laut App maximal fünf Minuten Zeit von ich finde einen Parkplatz und gehe zum Restaurant und hole das Essen bis halt, ja, ich fahre jetzt los zum Kunden. Hat nie funktioniert. Auch ein Grund, warum halt oft das Essen zu spät kommt, gerade in so Großstädten. Das Timing ist komplett off. Ich weiß nicht, ob sie es mittlerweile ein bisschen gefixt haben oder halt auch durch die Fahrräder ein bisschen fixer sind, weil du kannst ein Fahrrad besser parken wie ein Auto. Autokatastrophe, gerade um die Mittagszeit kannst du vergessen. Ja, und dann musst du los zum Kunden. Wenn du Glück hast, hast du nur diesen einen Auftrag. Wenn es doof läuft, was halt oft passiert, hast du dann zwei, drei oder maximal, ich hatte auch schon vier Aufträge gleichzeitig. Ist auch nicht so, dass du die nach und nach Abklapperst sein. Das muss alles parallel sein. Am besten bei vier verschiedenen Restaurants, nicht bei dem gleichen. Das würde ja Sinn ergeben. Hatte ich selten, dass ich tatsächlich zwei Aufträge oder drei hatte von demselben Restaurant. Nee, es war immer so, fahr zu drei verschiedenen Restaurants, hol die Fressalien ab und fahr die dann zum Kunden. Was finde ich komplett absurd ist und halt timingmäßig gar nicht hinhaut. Dann kriegt kein einziger sein Essen pünktlich. Teilweise so spät, dass der Kunde sagt, hier fick dich, ich kündige jetzt das und dann hast du dann halt eine Portion Essen im Auto, die keiner erwischte. Die musst du dann wieder zurück zum Restaurant fahren und das Restaurant entscheidet dann, was sie damit machen. Nehmen sie es zurück, schmeißen sie es weg oder ab und zu ist es auch schon passiert, gerade manche Restaurants, die haben dann gesagt, ja, egal, Essen ist gemacht, der Fahrer kriegt es. Weil sonst hätten sie es wegschmeißen müssen wahrscheinlich. Höchstwahrscheinlich hätten sie es einfach weggeschmissen, weil was soll es machen? Das Essen war außerhalb. Du kannst es nicht weiter verkaufen. Es ist wahrscheinlich eh schon ein bisschen kalt, weil das ist eine Stunde oder zwei oder drei unterwegs gewesen. Ja, und dann hast du Essen, was irgendwie keiner will und dann kriegt es, wenn er möchte, der Fahrer. Das hatte ich immer mal bei dem einen oder anderen Restaurant. Was auch geil ist, es gibt echt coole Restaurants, die halt wirklich sich auch auf dieses Fahren, also diese Lieferantenfahren ausgelegt haben und die sind halt teilweise auch so geil. Die schicken dich dann mal los und geben dir halt eine extra Flasche. Wasser mit, für dich zum Trinken oder geben dir halt irgendwie so ein bisschen Snackerei für unterwegs mit, so ein bisschen Brot oder ein bisschen was sie halt so anbieten. Ich hatte auch schon ab und zu mal einfach Essen von denen bekommen, was halt echt geil ist. So, Vapiano Liebe. Hey, ihr seid so geile Typen. Die nenne ich jetzt nur, weil die halt echt geil sind. Frankfurt Vapiano, die sind für die Lieferantenfahrer echt super. Kann ich mich nicht beschweren. Essen auch. Liebe an gesamte Vapiano Mannschaft in Frankfurt. Ihr seid echt geil, Leute. So muss ich loswerden. Die Typen, die waren super. Die haben immer mal dir ein Eistee mitgegeben. Die haben immer mal Essen mitgegeben. Auch immer das, was übrig blieb, durftest du dann mitnehmen, weil die hätten so weggeschmissen und auch generell waren die einfach voll cool drauf. Da habe ich mich auch ab und zu mal da hingesetzt, weil du hattest ja auch teilweise einfach Zeiten, wo nichts passiert ist. Was halt für mich super war. In der Zeit, wo nichts passiert ist, habe ich fürs Studium gelernt. Oft habe ich bei Vapiano draußen gesessen mit dem Laptop, hatte ein geparktes Auto, was nicht so weit weg war. Da war ich in zwei Minuten da und habe da halt gechillt, bis dann der nächste Auftrag kam. Das war an für sich auch eine coole Sache, die ich fand, wo man halt einfach chillen konnte während der Arbeit, weil es war nichts zu tun. Und dann hattest du Zeiten, wo du dann halt drei, vier Aufträge gleichzeitig fährst, was halt timingmäßig komplett Panne ist. Das ist halt katastrophal. Kommen wir dazu. Ich war mit dem Auto unterwegs in Frankfurt am Main. Super. Es kam so oft vor, dass halt manche Restaurants nicht mit dem Auto erreichbar sind. Ich war zigmal an der Zeile und sollte da halt was abholen oder was hinbringen. Was auch irgendwie nie einen gestört hat oder nie stutzig gemacht hat, dass man da vielleicht nicht unbedingt einen Autofahrer hinfährt, sondern einen Fahrradfahrer hinfahren lassen, wo ich dann halt mir die Restaurants gemerkt habe, in der zentrale Anrufung musste und sagen, Diggi, das ist da und da komme ich mit meiner Karre nicht hin. Ich brauche locker mal eine halbe Stunde, bis ich überhaupt nach dem Parken beim Restaurant bin, weil ich muss das in einem Parkhaus parken, muss dann da ewig latschen, bis ich das Essen habe, wieder zurücklatschen ins Parkhaus. Dann kann ich jetzt losfahren zum Kunden. Und eventuell nicht doch einen Fahrradfahrer hinschicken. Oder auch immer sehr schön Mainzer Landstraße, wenn irgendwo wieder mal eine Veranstaltung war, ein Festival. Das war ja noch vor Corona. Da hatte man noch solche Festivals oder Fernstaltungen generell gemacht und die waren halt sehr oft an der Mainzer Landstraße. Die war immer zu. Und auch da gab es Restaurants, die sollte man erreichen. Oder man musste halt einfach, um halt irgendwo hinzukommen, da durch. Und dann hat man da gestanden. Zwei Stunden. Es kam nicht selten vor, dass ich zwei Stunden im Stau auf der Mainzer Landstraße gestanden habe. Und dann anrufen musste. Ja, Diggi, ich stehe hier. Mainzer Landstraße. Ich habe mich wieder zu dem und dem Restaurant geschickt. Da hatte ich mir die noch nicht gemerkt. Im Späteren wurde ich dann halt auch wieder schlauer und habe das gleiche gemacht wie bei, ich musste wieder an manche Restaurants an der Zeil oder an Fußgängerzonen. Ich habe angerufen, Diggi, Mainzer Landstraße. Es ist Festival, es ist Event. Schickt doch einen Fahrradfahrer da hin. Ab und zu habe ich es verpeilt, weil ich da durch musste und um den Kunden zu gelangen habe ich einfach nicht die Fahr... Also ich habe die Fahrt gut auf dem Handy nicht geguckt und bin dann da auch wieder stecken geblieben. Das geilste, was ich da hatte war, ich rufe an, ich stecke fest Mainzer Landstraße. Ich komme hier nicht durch. Locker eine Stunde. Haben so einen Radfahrer geschickt und da ist der Radfahrer zu mir gekommen. Der war zum Glück anscheinend in der Nähe der Weiner von fünf Minuten bei mir. Hat sich im Stau von mir das Essen abgeholt und ist dann weiter zum Kunden, was ich irgendwie genial fand. Das war super gelöst. Und ich stand dann halt nochmal eine Stunde im Stau. Jee, Mainzer Landstraße, Hölle. Ich fahre da nicht mehr lang. Ich meine diese Straße wie die Pest. Ich habe so oft da gestanden und konnte nicht vorwärts. Es ging nichts mehr. Es war alles voll. Oh, Katastrophe. So, dann kam der Supergau für mich. Es war dann Ende 2018. Da wurde ich krank. Da wurde ich richtig fies krank. So im Oktober, November herum fing es an. Ich war so krank. Ich war mehrmals im Krankenhaus immer für ein paar Wochen. Ich war den kompletten Oktober krank. Ich hatte immer, aber auch brav, meine Krankmeldung vom Hausarzt. Ich hatte auch die Bestätigung vom Krankenhaus. Aber das ist immer so eine Sache. Du kriegst vom Krankenhaus keine Krankmeldung. Du kriegst nur eine Bestätigung. Du bist im Krankenhaus. Und der Hausarzt musste dann halt die zusätzlichen Krankenmeldungen dann halt ausstellen. Ich hatte alle diese. Im kompletten Monat war ich halt nicht da. Ich war dann halbwegs wieder so weit fit, dass ich halt das Haus verlassen konnte. Also ich war nicht gesund. Ich konnte nur mein Haus verlassen, ohne dass ich zusammenbreche. Und dann sind wir hingegangen und wollten so kolant sein und sagen, hier, wir sind zur Zentrale, haben einen Termin gemacht. Wir müssen da was besprechen. Ich bin richtig fiese, dolle krank. Wann machen wir jetzt? Wir hatten auch das Problem, den Zeitraum, in dem ich krank war, haben sie so dreisterweise gesagt, ja, wir haben ja gar keine Krankmeldung erhalten. Was nicht sein kann, ich hatte zwei Krankmeldungen immer losgeschickt. Also einmal das Original hatte ich an die Hauptzentrale in... Ich weiß nicht, wo die Hauptzentrale war. Ich glaube, die war in Berlin. Also es gab so eine Hauptzentrale, wo alle Krankenmeldungen mussten. Und ich habe immer ein Foto an meinen Supervisor geschickt, der halt in Frankfurt sitzt, bei dem wir dann auch zu dem Gespräch waren. Und es sagt hier, das kann nicht sein, ich habe jetzt den Monat... War ich zwar krank, aber ich kriege ja trotzdem einen Lohn. Weil ich brauche den Lohn, wie soll ich Miete und sonst was zahlen? Das funktioniert ja so nicht. Und wir wollten das halt klären, was jetzt Phase ist. Wie gesagt, ich war immer noch sehr krank. Ich war wirklich fies krank. Es ging mir nur gerade so gut, dass ich aus dem Haus gehen konnte, irgendwo hingehen konnte, ohne dass ich zusammenbreche. Und wir wollten das klären. Ja, wir haben sehr lange sehr viel geredet. Er hat es auch nicht verstanden, weil er hat ja die Krankmeldung gekriegt. Er hat sie auch nochmal angeguckt. Er hat sie auch nochmal hochgeschickt. Wir hatten auch nochmal alle Krankmeldungen in Kopie vom Arzt geholt mit diesem Stempel. Ja, das ist eine Nachbestellung für die Krankmeldung. Kriegst du extra so ein Stempelchen drauf. Und hat die von sich aus, von seinem Hauptbüro auch nochmal in die Hauptzentrale geschickt. Die sind auch nicht angekommen. Ende vom Lied war dann die Wahl. Entweder ich krieg jetzt das Geld von dem Monat ausgezahlt und die Kündigung. Oder ich krieg kein Geld, aber ich kann dann weiter arbeiten, falls ich wieder gesund werde. Dreimal dürft ihr raten, was ich gemacht habe. Ich habe gekündigt. Ich habe das Monatsgehalt noch gekriegt, aber die haben mich nie wieder gesehen. Weil das, das hat mich so verletzt. Das hat mir so wehgetan, weil ich war ja eigentlich, auch wenn so viel Scheiße passiert ist, war ich ja... Es war halt Arbeit. Arbeit wird gemacht. Arbeit passieren komische Dinge. Es ist nie eine Arbeit, die halt 1a funktioniert. Es gibt immer irgendwo Polibchen. Und ja, das hat mich dann so getroffen, weil ich war richtig fiese, dolle krank. Ich werde vielleicht dazu auch mal ein Video machen, was ich da hatte. Ähm, ja. Und dann hieß es ja, entweder du kriegst dort Geld und künstigst, oder du kriegst jetzt im Monat kein Geld. Und wenn du wieder gesund bist, dann kannst du hier weiter arbeiten. Ja, das war schon kackenpreis. Das war richtig fies. Und ja, das war so grob ein bisschen über die Arbeit als Lieferantenfahrer. Mir fällt gerade auf, ich habe gar nicht darüber berichtet, was für lustige Kunden oder lustige Begegnungen ich mit Kunden hatte. Vielleicht werde ich noch mal einen Teil 2 machen, wo ich einfach mal berichte. Wenn mir so in Frankfurt alles gegenübergetreten ist, beim Türe aufmachen und, äh, ja, Essen übergeben. Das waren nämlich auch ein paar lustige Sachen. Es gibt da echt schon ein paar echt coole Dudes und ein paar echt wirde Dudettes, die ich getroffen habe. Vielleicht werden wir mal ein paar 2 für... Ja, übrigens, solche Menschen habe ich, ähm, getroffen. Was das wahrscheinlich viel lustiger ist, wie das, was ich jetzt erzählt habe. Aber ich wollte mir das einfach mal so von der Seele reden. Das hat mir ein bisschen gut getan. Da haben wir so Eigentherapie in YouTube. Ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist, aber egal. Es fühlt sich für mich jetzt richtig an, fühlt sich gut an. Macht damit, was ihr wollt. Und, ähm, ja, vielleicht sehen wir in so ein paar 2, wo es darum geht, was für lustige Kunden hatte ich denn eigentlich oder generell sind noch ein paar lustige Sachen passiert, die halt mit der Arbeit an sich nicht so viel zu tun haben. Wenn ich halt in der Freizeit getroffen hatte, während ich auf Aufträge gewartet habe, da ist nämlich auch eine oder andere lustige Sache passiert, dann machen wir bestimmt mal einen Teil 2. Dann, ja, danke ich euch fürs Zuhören und wir sehen uns im nächsten Video. Bis zum nächsten Mal. Einen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.